Wow, ein Schatz. Räum den Sand weg. Püppchen, wickle den Boden mit Frischhaltefolie ein. Das ist ein rosaner Schwanz. Ein wunderbares Baby. Die Meerjungfrau liest ein Buch. Etwas ist gerade vorbeigeflogen. Hä? Ist da jemand? Die Hexe hat ein Ei hinterlassen. Das war vorher noch nicht da. Unglaublich. Aus dem Ei ist ein Baby geschlüpft. Die Meerjungfrau zieht das Mädchen an sich. Das Mädchen fängt an zu weinen. Ah, sie ist hungrig. Hier hast du etwas Milch. Ich kümmere mich um dich. Die Meerjungfrau ist Mutter geworden. Mal sehen, was da drin ist. Muscheln. Baue die Struktur zusammen. Male es an. Das ist ein Kissen. Ein Lali-Loo-Paket. Korallen. Eine perfekte Ergänzung für die Komposition. Ein bezauberndes Kinderbett fürs Baby. Die Freunde kamen, um die Meerjungfrau zu besuchen. Das ist meine Tochter. Wie süß. So eine Schönheit. Das Baby hat Angst vor der ganzen Aufmerksamkeit. Die Meerjungfrauen versuchen es zu beruhigen. Mädchen, sie braucht eine kuschelige Wiege. Die Meerjungfrau legt das Baby schlafen. Das Baby ist eingeschlafen. Gib mir fünf. Nimm eine kaputte Puppe. Wähle Beine aus. Nein, bestimmt nicht. Wow, ein 3D-Stift. Lege die Form aus. Setze sie auf die Puppe. Die Meerjungfrauen-Barbie ist erwachsen geworden. Du wirst mich nicht finden. Fünf, fertig oder nicht, ich komme. Die Meerjungfrau ist auch da. Wow, lass uns Spaß haben. Uh, eine Konfetti-Explosion. Hey, suchst du nach mir? Oh, ich bin ein gruseliges Monster. Ah, ein Biest. Nur ich. Das ist überhaupt nicht lustig. Hey Mädels, bleib weg. Ich habe etwas. Was? Was? Hier, nimm ein paar Süßigkeiten. Es tut mir leid. Die Freunde nahmen die Entschuldigung des Mädchens an. Mit der Meerjungfrau in der Nähe ist es nie langweilig. Hallo Pony. Ändere die Farbe. Lasst uns aus der Modelliermasse einen Schwarz formen. Dekoriere ihn mit Sternen. Zeichne einen Buchstaben. Lerne unser Meeresbaby-Pony kennen. Barbie genießt ein Eis. Hm, so lecker. Da ist jemand im Seegras. Oh, was ist das für ein Geräusch? Ich würde es gerne sehen, aber es ist unheimlich. Das Seegras raschelt wieder. Oh, ein kleiner Schwanz. Hallo? Wer ist denn da? Hallo du? Ah, Hilfe. Leute, klickt auf den Like-Button, um die Meerjungfrau zu retten. Das Pony enthürte das Mädchen. Danke. Wollen wir Freunde sein? Juhu, ich bin so glücklich. Hier, nimm etwas Eiscreme. Barbie hat einen neuen Freund gefunden. Hallo Lali-Loo. Lasst uns das Outfit wechseln. Das ist eine Flosse. Die Pailletten sehen aus wie Fischschuppen. Was ist mit der Frisur? Genau. Barbie hat sich in eine wunderschöne Dame verwandelt. Die Freunde lieben es, Zeit miteinander zu verbringen. Lass uns an die Oberfläche kommen. Ich will eine andere Welt sehen. Ich komme mit dir. Rinscan entspannte sich am Ufer. Was für ein hübscher Kerl. Ich stimme zu. Die Freundinnen beobachteten den Prinzen. Er hat einen Welpen. Hol's dir, Junge. Hallo du. Komm schon, Kleiner. Warum steckst du da fest? Oh, dieses unglaubliche Gefühl. Oh, wer ist das? Zeit zum Wegschwimmen. Lass uns das Plastikboot mit Luftballons füllen. Es ist blau geworden. Bringe eine Isolierung an. Und sitze. Ein paar Ruder. Bereit, die Meere zu befahren. Ken ist mit dem Boot unterwegs. Schauen wir uns um. Der Schwanz einer Meerjungfrau. Habe ich mir das nur eingebildet? Ich muss ihr folgen. Er ertrinkt. Ken ist ohnmächtig. Oh nein. Die Meerjungfrau hob ihn an die Oberfläche und legte ihn auf einen Felsen. Zeit für erste Hilfe. Oh nein, ich lebe. Wer bist du, meine Schöne? Gabi bekam Angst und lieb weg. Nimm eine Bonbon-Dose. Versiegle den Boden mit Heißkleber. Bohre ein Loch hinein. Dekoriere die Dose. Falte Taschentücher. Eine Taschentuchbox ist immer praktisch. Die Freunde kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Und da ist Barbie. Ich werde nie mit meinem geliebten Prinzen zusammen sein. Die Freunde versuchten Barbie zu trösten. Hier sind ein paar Taschentücher. Die Meerjungfrauen wischen die Trinnen ihrer Freundin weg. Wir haben keine Taschentücher mehr. Ich liebe ihn. Aber ich bin eine Meerjungfrau. Vielleicht die Hexe befragen? Das ist eine Idee. Magie, Zaubersprüche. Ich bin auf dem Weg. Nimm ein Plastikgefäß. Male es rosa an. Bringe Heißleimtropfen an. Fülle es mit Schleim. Das ist ein Kessel mit einem Zaubertrank. Die Hexe braut Tränke in ihrer Höhle. Barbie ist zu ihr geschwommen. Bitte hilf mir. Was ist passiert? Ich möchte mit dem Prinzen zusammen sein, aber ich bin eine Meerjungfrau. Ich habe genau den richtigen Trank. Die allerwichtigsten Zutaten. Die Hexe rührt den Zaubertrank vorsichtig um. Es blubbert. Nimm eine Flasche davon. Jetzt trink. Barbie trinkt das magische Gebräu. Oh, hier passiert etwas Seltsames. Barbie hat Beine. Es hat funktioniert. Aber jetzt kann ich nicht mehr schwimmen. Ich werde dich an Land bringen. An der Küste träumt Ken von seiner Retterin. Und hier ist sie. Du bist es. Du bist mein Retter. Die Liebe zwischen Ken und Barbie funkt. Lass uns ein Outfit basteln. Nimm rosanen Tüll. Zieh es der Schaufensterpuppe an. Das Kleid ist mit Strasssteinen verziert. Ah, eine Notfallanpassung. Wow, ich sehe großartig aus. Lass uns das Oberteil stylen. Ein Brautschleier. Und ein prächtiges Kleid. Eine Strandhochzeit. Meine Liebe, du bist umwerfend. Meine Liebe. Auch die Meerjungfrauen sind zur Feier geschwommen. Die Freunde sind auch schon da. Ich frage mich, wie sie sich kennengelernt haben. Ich bin die Glücklichste. Der Bräutigam und die Braut tanzen ihren Hochzeitstanz. Ein weiterer Gast ist eingetroffen. Ich habe mich verliebt. Zeit, den Strauß zu werfen. Bereit? Ein entscheidender Moment. Die Mädchen sind bereit, den Strauß zu fangen. Jetzt geht's los. Hurra. Ich werde heiraten. Hurra. Barbie und Ken sind ineinander versunken. Sollen wir uns kennenlernen? Ein Happy End für zwei Paare. Hallo, Barbie. Hallo. Lass uns deinen Look ändern. Wow, Barbie erwartet ein Baby. Lass uns die Puppe anziehen. Passt perfekt. Wow, ich liebe es. Ersetze die Ohrringe. Wow, ein Pelzmantel. Ein herrlicher, reicher Look. Barbie und Ken entspannen sich im Innenhof ihrer Villa. Wann bringen sie das Ultraschallbild des Babys? Hab Geduld, mein Schatz. Hier bitte. Nudeln mit Tomaten. Das esse ich nicht. Ich will das Bild von dem Baby sehen. Barbie ist sehr nervös. Was sollen wir tun? Wie wäre es mit einem Stück Kuchen? Einen Burger? Ich will nichts haben. Ich will das Baby sehen. Lass dir was einfallen. Okay. Der Butler kehrt mit dem lang erwarteten Bild zurück. Hier ist es. Oh, meine Kleine. Ich bin so glücklich. Ken, das Baby strampelt. Ein unvergessliches Gefühl. Das Paar eilt ins Krankenhaus. Das Baby kommt gleich zur Welt. Ich brauche ein paar Klamotten. Oh, die Reste werden reichen. Das Outfit ist komplett geflickt. Ein Halstuch auf dem Kopf. Hausschuhe. Ihr Gesicht ist schmutzig. Barbie erwartet ein Baby. Und auch wenn sie arm ist, verliert sie ihren Optimismus nicht. Barbie lebt in einer Baracke und kümmert sich um ihren Haushalt. Ah, ein neuer Tag. Zeit zum Aufstehen. Aua. Die Hütte bricht zusammen. Naja, ich muss es reparieren. Das Mädchen baut ihr Haus wieder auf. Puh geschafft. Und jetzt der Garten. Karotten. Ein Korb voll mit Gemüse. Zeit zum Kochen. Barbie macht ein Feuer. Jetzt kann sie sich entspannen und etwas basteln. Klamotten für meine Kleine. Masche für Masche. Ich warte auf dich, mein Baby. Eine Joghurtbox. Decke die Form ab. Das ist ein Stück Plastik. Befestige es. Es wird ein Griff. Und eine Decke. Wow, ein kleines Blatt. Schneide es ab. Es wird als Decke dienen. Baue die Räder zusammen. Es sind Barbie-Aufkleber. Der Kinderwagen sieht ärmlich aus, funktioniert aber prima. Barbie ist im Garten. Ein schöner Apfel. Es ist köstlich. Ups. Das Baby strampelt. Was ist los? Sieht aus, als ob es losgeht. Ich muss ins Krankenhaus. Barbie steigt auf ihr Fahrrad. Sie ist auf dem Weg. Die reiche Barbie ist auch da. Mami ist willkommen im Lali-Loo-Krankenhaus. Barbie ist in ihrem Zimmer. Sie schließt den Vorhang. Das ist es. Lernt eure Kleinen kennen. Viel Glück. Danke. Ich brauche einen Kinderwagen. Was kann ich mir einfallen lassen? Barbie baut einen Kinderwagen für ihr Baby aus dem Fahrrad zusammen. Wow. Lass uns nach Hause gehen, Kleines. Ein kleiner Spiegel. Entferne den Deckel. Ein Baldachin aus dem Sieb. Eine weiche Matratze. Ein Baldachin. Ein Geldkarussell. Ein prächtiges Kinderbett für das reiche Baby. Alle warten auf Barbies Rückkehr. Das Zimmer sieht wunderschön aus. Mama und Papa sind zurück. Wie findest du es? Es ist wunderschön. Die Bediensteten freuen sich über die Ankunft des Babys. Dürfe ich sie halten? Natürlich. Sie ist so süß. Ja, absolut charmant. Und was ist das? Ein normales Kinderbett? Ersetze sie durch eine Reiche. Ein neues Kinderbett. Sieht luxuriös aus. Barbie sieht es sich genau an. Perfekt. Lass mich das Baby ins Bett bringen. Das Baby mag das Kinderbett nicht. Die Eltern sind besorgt. Schmeiß es weg. Schau dir das an. Es sieht großartig aus. Genau das, was wir brauchen. Ausgezeichnet. Ein Geldkarussell. Das Baby liebt das neue Kinderbett. Die Familie ist glücklich. Nimm einen Plastikbehälter. Schneide ihn mit einem Messer durch. Stöcke. Sichere sie mit Zahnstochern. Nimm einen Badeschwamm. Wow, so viel Schaum. Die arme Badewanne sieht sehr umweltfreundlich aus. Barbie arbeitet im Garten. Ich werde die Blume gießen. Der Kleine spielt in der Nähe. Ich bin hungrig. Ein leckerer Apfel. Das Eichhörnchen ist auch hungrig. Der Kampf beginnt. Was ist hier los? Oh, du bist ja ganz schmutzig. Ich muss dich baden. Barbie holt eine kleine Badewanne heraus. Ich schöpfe etwas Flusswasser. Perfekt. Los geht's, Kleine. Der Schaum steigt schon. Die Kleine genießt das Baden mit den Enden. So ein sauberes Baby. Der Stuhl wird sehr nützlich sein. Lass uns die Sitzfläche ausschneiden. Stelle einen Behälter auf. Das ist ein prächtiges Töpfchen fürs Baby. Barbie sitzt mit ihrer Kleinen zusammen. Was ist los, Schatz? Bring die Flasche. Hier bitte sehr. Danke. Lecker, lecker. Barbie kümmert sich um ihre Tochter. Sie ist schon wieder wählerisch. Oh, wir brauchen ein Töpfchen. Das ist eine große Auswahl an Töpfchen. Der Butler schlägt Optionen vor. Wie wäre es mit dem hier? Pures Gold. Nicht geeignet. Wie wäre es damit? Die Kleine protestiert. Noch eins. Schau. Dem Mädchen gefällt es nicht. Der Butler beeilt sich, ein anderes zu holen. Er bringt ein tolles goldenes Töpfchen. Perfekt. Jetzt kann die Kleine ihr Geschäft erledigen. Lass uns gehen, meine Liebe. Und der Butler muss aufräumen. Nimm ein glänzendes Stück. Klebe das Seitenteil. Verwische es mit Kreide. Hier ist der Holz. Mache Seiten aus Faden. Sollen wir die Ukulele spielen? Die arme Barbie ist mit ihrem Baby nicht weit von der richtigen Welt entfernt. Oh, da ist etwas auf der Müllhalde. Wow, eine Ukulele. Die wird mir sehr nützlich sein. Ich spiele für die Kleine. Das Baby ist begeistert. Das Publikum versammelt sich. Wow, sie ist talentiert. Die Zuhörer geben Barbie Geld. Oh, das ist eine ganze Menge. Wow, was für eine Stimme. Du bist so talentiert. Das ist für dich. Die arme Barbie ist voll mit Geld. Was für ein Glück. Die Mama legt das Geld in den Kinderwagen. Die Kleine passt kaum rein. Nimm Bommeln. Lass uns ein paar auswählen. Bisschen flauschige Beine. Schneide das Fell ab. Falte es zu einer Schachtel. Das ist ein wunderbarer Teddybär. Es gibt eine große Auswahl im Laden. Barbie kam mit ihrer Kleinen. Guten Tag, wonach suchen sie? Ich brauche ein schönes Spielzeug für mein kleines Mädchen. Das alte ist total abgenutzt. Oh nein, wir werden einen neuen Freund für dein Baby finden. Schau mal. Nicht diesen. Wie wäre es mit einem Teddybären? Oh, wie süß. Es ist einfach wunderbar. Die Kleine mag das Spielzeug auch. Nimm das Geld. Nein, es ist ein Geschenk. Auf Wiedersehen. Die reiche Barbie ist mit ihrer kleinen Tochter auf dem Spielplatz. Geh und spiel mit dem Mädchen. Die Kinder sind sofort Freunde geworden. Wie süß. Ja. Die kleinen Mädchen tauschen Spielzeug aus. Und die Mütter haben eine gemeinsame Basis gefunden. Eine Kiste mit Perlen. Es sind große Griffe. Wir machen aus einer durchsichtigen Perle eine Teekanne. Ein wunderbares Teeset. Die reiche Barbie wartet auf Gäste. Alles ist bereit. Hallo. Willst du spielen, Kleine? Du siehst so schön aus. Danke. Die Mädchen haben eine tolle Zeit zusammen. Ich habe etwas für die Kinder vorbereitet. Ein tolles Teeset für die Kleinen. Wie schön. Süßigkeiten. Die kleinen Damen feiern eine Teeparty. Aber wie wir zaubern. Sind sie nicht wunderbar? Die kleinen Mädchen sind glücklich. Und die Barbies sind gute Freunde geworden. Wow, Kinder. Die Verpackung wird sich jetzt nützlich erweisen. Eine goldene Truhe. Leg ein paar Münzen und ein halbes Ei hinein. Wow, jetzt ist sie golden. Schneide den flauschigen Stoff aus. Das ist eine weiche Polsterung. Und Sicherheitsgurte. Ein paar Kindersitze für die Sicherheit der Kleinen. Das ist ein Autohaus. Die arme Barbie kam, um einen Kauf zu tätigen. Ich will ein Auto kaufen. Wenn du dich für ein Modell entschieden hast, kannst du es bezahlen. Barbie hat das Geld übergeben. Hier ist der Schlüssel. Ich habe ein Auto. Hurra. Ich werde es Barbie zeigen. Wow, cooles Auto. Ihre Freundin ist begeistert. Ich habe ein Geschenk für dich. Bring es bitte mit. Das Mädchen bringt einen Autokindersitz mit. Toll, wie schön. Der Butler bringt das Baby und setzt es ins Auto. Die Mamas sind auf dem Weg zum Restaurant. Du bedeutest mir so viel, Barbie. Du hast mein Leben zum Besseren verändert. Das sind wahre Freundinnen. Nimm Fimo. Bedecke unseren kleinen Mann mit Modelliermasse. Glätte sie. Backe unsere Figur. Fertig. Sie ist jetzt fest. Zeichne einen Badeanzug. Fertig ein Kleid aus rosa. Fertig ein Kleid aus einem Stoff an. Es ist eine Haarschleife. Eine Ken-Figur. Schneide die Schablone aus. Es ist ein Namensschild. Eine perfekte Wahl. Die Eltern ruhen sich zu Hause aus. Ken sitzt an seinem Laptop und Barbie spielt Klavier. Meine Lieblings-Kennpuppe. Warum ich nicht mehr Puppen habe. Mein Geburtstag kommt bald. Kann ich eine Puppe haben? Bitte, Papa. Ich will eine Barbie-Puppe. Schatz, können wir Skippy ein Geschenk geben? Lass uns gehen. Die Eltern gingen in den Spielzeugladen. Wir brauchen eine Barbie-Puppe. Nur noch das letzte Exemplar. Wir haben Glück. Die Eltern sind nach Hause geeilt. Die Gäste sind schon da. Wir haben dich ganz doll lieb. Hier, mein Schatz. Hurra, danke. Du bist die Beste. Katie, wollen wir spielen? Die Mädchen spielen mit Puppen. Ihr Urlaub war ein Erfolg. Das sind kleine Babys. Zeichne die Augen. Das sind leichte Haare. Ein wunderbares Baby. Füttere es mit der Flasche. Das ist ein Plastik-Detail. Die Manikürmaschine in Aktion. Ein wunderbares Spielzeug. Skippy hat eine kleine Schwester. Sie kümmert sich sehr gerne um sie. Barbie könnte nicht glücklicher sein. Ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ein Baby-Born-Spielzeug. Cool. Ich füttere dich zuerst. Träum, süß. Willst du aufs Töpfchen gehen? Die Schwester ist aufgewacht. Süße, kannst du sie füttern? Du weißt doch, wie. Skippy kümmert sich gerne um ihre kleine Schwester. Es ist ein tolles Auto. Entferne kaputte Teile. Sie sind rosa. Das ist eine Windschutzscheibe. Das ist ein stylisches Auto für die Puppe. Barbie und ihre Tochter warten auf Ken. Hier ist er in seinem neuen Auto. Wow, es ist wunderschön. Oh Baby, warte. Ich habe etwas für dich. Ein Auto für meine Barbie. Es geht hier an Ken spielen mit dem Auto. Steig ein. Mach eine Spritztour. Wie lustig. Die Familie hat eine tolle Zeit zusammen. Wie viele Dinge sind das? Das ist Modelliermasse. Ein Flamingo-Kopf. Zeichne die Augen. Es ist ein wunderbarer Flamingo-Kreis zum Schwimmen. Jetzt zwei davon. Für jede Größe. Die Familie entspannt sich am Cool. Ken tanzt zur Musik. Papa, ich brauche einen Schwimmring. Was immer du willst. Ich will einen schönen für mich und Barbie. Schatz, hilfst du mir? Natürlich. Skippy spielt mit dem Hund und einer Puppe. Schau, was ich habe. Gibt es einen Schwimmring für meine Puppe? Ken hat sich um alles gekümmert. Danke, Papa. Das Mädchen und ihre Puppe schwimmen fröhlich im Pool. Es ist ein toller Familienurlaub. Das sind so viele verschiedene Schuhe. Nimm den hinteren Teil ab. Das sind bunte Bommeln. Und wunderschöne Schuhe. Es gibt viele schöne Dinge im Kleiderschrank der Mutter. Da kommt Skippy. Lass uns ein Kleid anprobieren. Schön. Was ist mit Schuhen? Das Baby hat sich für hohe Absätze entschieden. Wie kann meine Mutter in diesen Schuhen laufen? Schatz, geht es dir gut? Die Mutter schenkt ihr ihrer Tochter Kinderschuhe mit Absätzen. Setz einen Hut auf. Skippy ist das Ebenbild von Barbie. Nimm Stücke aus Pappe. Baue die Struktur zusammen. Verstärke sie mit Strohhalmen. Das ist ein Herzbett. Tu die Decke drauf. Füge Möbel hinzu. Das ist ein ganzes Set fürs Wohnzimmer. Eine Garderobe. Und ein Strassteppich. Und eine Rutsche. Das ist ein wunderschönes Puppenhaus. Das hat alles. Skippy hat Spaß in ihrem Zimmer. Sie hat eine Menge Spielzeug. Fluffy, willst du spielen? Sehr vorsichtig. Oh nein. Der Hund hat Skippys Puppenhaus kaputt gemacht. Wo werden meine Puppen jetzt wohnen? Ken hörte weinen. Ich baue dir ein neues Haus. Es ist ein kompletter Werkzeugkasten. Los geht's. Es sind die letzten Details. Es ist geschafft, Skippy. Wow. Das hier ist noch besser. Der Hund kam, um sich zu entschuldigen. Das Baby ist nicht mehr verärgert und spielt im neuen Haus. Was für ein süßes Haus, findest du nicht auch, Fluffy? Machen wir unsere Puppe bereit. Kürzen Sie sie. Das sind lange Haare. Ein Föhn mit Kamm. Das ist eine tolle Haarpuppe. Das kleine Mädchen versucht, sich die Haare zu machen. Oh, es hat sich verheddert. Skippy, lass mich dir helfen. Ich habe eine Idee. Du kannst mit dieser Puppe machen, was du willst. Ich werde mit einem Haarschnitt anfangen. Das ist eine leichte Asymmetrie. Ein bequemer Pferdeschwanz für dich. Das Mannekel hat auch eine neue Frisur. Es ist ein Kunststoffdetail. Schneide den Überschuss ab. Nimm einen Bleistift. Nimm eine Mine. Es ist ein Stück glänzendes Schaumpapier. Der Pfeifenreiniger wird als Borsten dienen. Diese exzellente elektrische Bürste wird dir bei der Mundhygiene helfen. Barbie liest ihrer Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Oh, mein Zahn. Leg ihn unter dein Kopfkissen und die magische Zahnfee wird mit Geschenken kommen. Jetzt schlaf ein, mein Schatz. Die Fee ist da. Ich habe eine elektrische Bürste für dich. Die Fee tauschte den Zahn gegen Geld ein. Wow, Geschenke. Mama, die Magie hat mich letzte Nacht besucht. Die Fee hat mir eine Zahnbürste gegeben. Lass uns zusammen die Zähne putzen. Das gefällt mir. Drücke Bilder aus. Male die Puzzles an. Klebe sie zusammen. Schneide entlang der Linien. Und verbinde die Details. Es ist eine Schachtelvorlage. Unsere Verpackung ist fertig. Es ist ein großer Spaß für Kinder und Erwachsene. Die Tante eilte zu ihrer Nichte Skippy. Ich habe so viele Geschenke gekauft. Sie hat von diesen Puzzles geträumt. Los geht's. Ken und seine Tochter schauen Zeichentrickfilme. Hallo Barbie. Hallo Ken. Hallo Stephanie. Hallo. Ich wollte diese Puzzles so sehr. Die Tante und das Baby waren beschäftigt. Es ist das letzte Rätsel. Dieses Bild ist fertig. Es ist schön. Die Familie hatte Spaß. Das sind Blätter aus Schaumpapier. Sammle die Details. Arbeite am Reißverschluss. Das sind rosane Bänder. Kürze sie. Das ist ein Barbie-Logo. Alles passt. Das ist eine sehr stylische Tasche. Lass uns die Schule besuchen. Die Kinder machen sich für den Unterricht bereit. Lasst uns anfangen, ja? Sind alle da? Skippy ist verschwunden. Ich werde ihre Eltern kontaktieren. Tut mir leid, ich bin zu spät. Sie hat einen neuen Rucksack. Kinder, holt bitte eure Bücher. Das kleine Mädchen griff in den Rucksack. Keine Bücher hier. Wow. Die Kinder lieben Skippys Spielzeug. Die Schule ist kein Ort für Spiele. Ich nehme die hier alle mit. Frau Lee spielt mit dem Spielzeug. Die Kinder sagen ihre Lektion auf. Die Lehrerin ist eindeutig in ihre Kindheit zurückgekehrt. Die, die Kinder lieben! Sie haben sich in der Rei, die spannendsten.